Musik zu bieten hat, werden wir auf dieser Bühne im Laufe des Abends genießen können. Und jeder dieser Künstler wird heute Abend eine Auszeichnung erhalten, den Diamond Record Award für eine besonders erfolgreiche Single oder den Diamond Career Award für eine außergewöhnliche Musikkarriere. Aber ich glaube, ich habe genug geredet. Jetzt lassen Sie uns nun die Musik genießen. Mit unserem ersten Künstler an diesem Abend beim fünften Diamond Awards, die Künstlerin aller Zeiten auf Platz 1 der Billboard Charts. Damit war für sie natürlich ein Traum wahr geworden. Ihre neue LP heißt New Inside und sie sagt, viele Dinge in meinem Leben haben sich geändert. Ich sehe und empfinde sie auch anders. Lassen wir uns überraschen. I think we're alone now. Tiffany. Not anymore. Here she is, Tiffany! Not anymore. Not anymore. Musik 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 Tiffany Tiffany Tiffany, this is your Diamond Award Tiffany, here's your Diamond Award 1990 for I Think We're Alone Now Musik Tiffany, you inside Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020